Was wir sehr genießen, ist wirklich die prompte Abwicklung. Man stellt eine Frage, man kriegt eine Antwort und die ist hochkompetent. Ich bin der Oskar Weick, wir haben eine Schreinerei im Nürnberger Raum. Wir beschäftigen uns in erster Linie mit Innenausbau, Möbelbau, Sonderwünsche für den Kunden. In Summe sind wir zehn Mitarbeiter und haben auch schon die nächste Generation im Boot. BORA AM war in unserer Ausgangssituation leider sehr prekär. Wir hatten zu viele Anfragen, wir hatten zu wenig Personal, was die Aufträge abwickeln konnten. Wir haben keine Personalien gefunden, die zu unserem Unternehmen gepasst haben. Wir waren dann wieder gezwungen, Aufträge abzusaugen. Es war so ein Hamsterrad, wo man sich in sich gedreht hat und nicht weiterkam. Tatsächlich war die wesentliche Veränderung, diese Personalsuche auf Online-Medien wie Instagram, Facebook zu erweitern. Da sind wir deutlich von der A&M unterstützt worden. Es kamen dann auch viele, also für unser Verhältnis viele neue Bewerber hinzu, die auch sehr gute Qualifikationen mitbringen konnten. Was wir sehr genießen, ist wirklich die prompte Abwicklung. Man stellt eine Frage, man kriegt eine Antwort und die ist hochkompetent. Ich denke, die A&M kann man weiterempfehlen, wenn man wirklich strukturiert an seinem Unternehmen weiterarbeiten will. Nach vorne kommen will und Schlagstellen aufdecken kann, die man vielleicht aus eigener Sichtweise nicht erkennt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017